Ich hatte den Richard Mooshammer kennengelernt. Und der Richard Mooshammer ist ja der Vater von Rudolf Mooshammer. Von dir nicht? Doch, dann auch. Also meine Mutter kam dann schwanger wieder zurück. Okay. Die war dann schwanger. Genau, meine Mutter kam dann schwanger aus München zurück. Und diese Frucht, diese Verbindung, bin dann ich gewesen. Und ich hatte dann eine schöne Kindheit gehabt. Die wusste aber nicht, wer mein Vater ist. Das wusste nur meine Mutter. Das wusste nicht, wer das wusste, wer das wusste.